Hallo und herzlich willkommen zu Mali's Kitchen zu einem neuen Rezept. In diesem Video habe ich gefüllte Weisskohlblätter zubereitet. Einmal mit Tomatensauce und einmal ohne Tomatensauce. Zudem könnt ihr im Schnelllauf sehen, wie man die Reste vom Weisskohl verwerten kann. Denn ich habe aus den unbrauchbaren Blättern Makmur zubereitet. Meine Lieben, wenn euch das gesamte Rezept mit dem Video gut gefallen hat, dann unterstützt meinen Kochkanal mit einem Like oder einem Kommentar. Zuerst wird die Füllung vorbereitet. Habe das Hackfleisch in eine Schüssel gegeben und füge darüber den gewaschenen Rundkornreis, das Tomatenmark und Paprikamark, sowie das Salz und die Gewürze, die frische gewürfelte Tomaten und die gewürfelte Zwiebel und vermische alles gut miteinander. Die Füllung muss jetzt in den Kühlschrank abgestellt werden und so lange kann mich um den Weisskohl kümmern. Im Markt gibt es verschiedene Weisskohl, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Den geeigneten Weisskohl zum Füllen ist meistens im türkischen oder im arabischen Supermarkt zu finden. Das sieht ungefähr so aus. Der Kopf ist eher flach, der müsste möglichst wenige dicke Adern zeigen und ganz wichtig, große, breite Blätter haben. Die Aufnahme hatte ich im deutschen Supermarkt gemacht, um euch den Vergleich zu zeigen. Dieser Weisskohl dient als Beispiel. Der ist eher rund und hat kleine Blätter. Dadurch nehmen die dicke Adern viel Fläche weg vom Blatt. Man würde aus solchen Weisskohlsorten kaum Blätter zum Füllen rausbekommen. Solche Sorten sind eher für Salate mehr geeignet. Das erste Blatt zeigt diese dunkle, raue Stellen. Das sind keine Sandkörner oder Schmutz, was man waschen könnte, sondern ein krankes Blatt und muss als erstes entfernt werden. Danach muss der dicke Stängel mit dem Messer getrennt werden. Es ist aber nicht tief genug. Ich versuche gleich mit dem Messer etwas tiefer zu gehen, damit sich die Blätter beim Blanchieren keinen Halt finden und unkompliziert voneinander sich lösen. Nun wurde noch tiefer vom Stängel ausgeschabt, es sieht jetzt besser aus. Der Weisskohl kommt in ein leicht kochendes Wasser und muss alle 1-2 Minuten auf die andere Seite gewendet werden. Dabei werden sich die Blätter wie von selbst lösen. Jedes Blatt, die sich löst, kommt in ein Sieb zum Abtropfen. Der Vorgang wird sich ständig wiederholen. Also ich bleibe in der Nähe und wende den Kohlkopf alle 1-2 Minuten und warte, bis sich die einzelnen Blätter voneinander sich lösen. Je kleiner der Kohlkopf wird, umso mehr muss ich an manchen Stellen mit dem Löffel nachhelfen, damit sich die Blätter besser lösen. Hier hat sich der ganze Kohlkopf aufgelöst. Die werden noch unterm kaltem Wasser abgeschreckt und gewaschen. Hier werden die einzelnen Blätter zurechtgeschnitten. Die Reste kommen auf zwei Tellern und voneinander aussortiert. Die dicke Stängel werden von den weichen franzigen Schnipseln getrennt. Ich werde nämlich die aussortierten Reste verwerten. Aus den weichen franzigen Stücken wird später draus Magmur zubereitet. Aus dicke Stängel, die man sowieso nicht rollen kann, wird in Salzlacke eingelegt. Jedes Blatt wird zum Rollen vorbereitet, indem man ganz einfach die mittlere dicke Stängel mit dem Messer entfernt und je nach Größe vom Blatt wird das Blatt danach geviertelt oder halbiert. Und manchmal sind die Blätter so franzig, dass man am Blatt basteln muss, bis es passend fürs Rollen ist. Also nicht nur franzige Teile werden aussortiert, sondern es sind auch unbrauchbare Stücke dabei, die man nicht rollen kann. Man muss nur rumbasteln, bis das Blatt passend ist. Und wer die dicke Stängel nicht in Salzlacke einlegen möchte, könnte auch selbstverständlich aus alle Reste Magmur zubereiten. Zeige euch noch das letzte Blatt, einfach den mittleren dicken Stängel mit dem Messer entfernen und je nach Größe vom Blatt entweder vierteln, halbieren oder draus basteln, bis es einfach zum Rollen passt. Aus 4 Kilo Weißkohl konnte ich Masha Allah so viele Blätter zum Füllen nehmen. Das kommt, weil die Sorte an Weißkohl stimmt. Aus den weichen, franzigen Blättern wird Magmur zubereitet und aus den dicken, grossen Stängel, die werden in Salzlacke eingelegt. Aber wie gesagt, man könnte die ganzen Reste daraus Magmur zubereiten. Das ist kein Problem. Nun muss man darauf achten, dass die Adern beim Füllen waagerecht liegen. Die Füllung auf denselben Verlauf sowie die Adern verlaufen von rechts nach links verteilen und lasse dabei auf beiden Ränder ca. 1 cm frei. Danach einfach das Blatt rollen. Man sieht es hier nochmal deutlich. Lege das Blatt vor mir, dass die Adern waagerecht vor mir liegen. Und gebe etwas Füllung und verteile es von rechts nach links auf die Breite vom Blatt und lasse ca. 1 cm frei an beiden Ränder und danach ganz einfach rollen. Was sich nicht ganz vermeiden lässt, es ist ein wenig Füllung übrig. Für Mahschi müsste man generell immer eine Unterlage als Teppich am Boden legen, ob es die unbrauchbaren Blätter sind, Fleisch oder Rippen. Und meine Empfehlung wäre für Mahschi definitiv die Lammrippen. Die sind am besten geeignet und die beste Wahl als Unterlage. Durch den Knochen machen die Lammrippen unser Mahschi schmackhaft und noch leckerer, als wenn man nur die unbrauchbaren Blätter als Unterlage nimmt. Die Rippen, die ich habe, können den breiten Topf leider nicht ganz den Boden bedecken. Daher musste ich die unbrauchbaren Blätter auch als Unterlage dazulegen. Danach werden die Rollen eng übereinander gelegt und leicht angedrückt. Damit beim Kochen die Rollen keine Möglichkeit haben, sich zu öffnen, müsste man unbedingt mit etwas Schweres die Lage fixieren. Entweder mit einem Teller, was ungefähr den gleichen Umfang hat wie der Topf und einem schweren Stein, was knapp 2 kg wiegt, darüber liegen, oder man nimmt den geeigneten Schwerer aus Ton. Übrigens, die Steine findet man oft auf Baustellen, die muss man nur reinigen und desinfizieren. Das habe ich nur als Alternativ gezeigt, falls jemand den Schwerer nicht hat. Aber da ich den passenden Schwerer aus Ton habe, lege ich es drüber und fixiere die Rollen damit. Nur vorher müssen die zerstampften Knoblauchzehen über die Rollen geschmiert werden. Bereite die Tomatensoße für die Rollen. Fülle das Gefäß mit heißes Wasser und vermische es mit Tomatenmark sowie das Paprikamark und das Salz. Ich schmecke gleich die Soße ab. Sollte etwas Salz fehlen, könnte man einfach ausgleichen und etwas nachsalzen. Nachdem die zerstampften Knoblauchzehen drauf verteilt wurden, kommt der Schwerer drauf und die Tomatensoße wird darüber übergossen. Das stelle ich kurz auf die Seite, damit ich den kleinen Topf, der ohne Tomatensoße, auch vorbereiten kann. Im Prinzip ist der Ablauf bei dem kleinen Topf das gleiche, nur halt ohne Tomatenmark und ohne Paprikamark. Einfach das heiße Wasser salzen und abschmecken. Ich hatte natürlich ein Stück Lammrippe am Topfboden gelegt und die Rollen kamen drauf. Jetzt müssen die zerstampften Knoblauchzehen drauf verteilt werden, danach das Salzwasser drüber gießen und was schweres drauf legen. Manche mögen die gefüllte Weisskohlblätter einfach ohne Tomatensoße. Da ich auch jemanden zu Hause habe, die gefüllte Weisskohlblätter ohne Tomatensoße mag, ist der kleine Topf für ihn gedacht. Jetzt kommt der Teller mit dem Stein drauf und gleich geht's am Herd weiter. Habe die Töpfe auf den Herd gestellt und den Herd auf höchster Stufe geschaltet. Sobald es anfängt zu kochen, schalte den Herd bei mittlerer Stufe runter und gebe ein paar Butterflöckchen drauf und denselben Fall bei dem kleinen Topf. Da die Lammrippen viel Geschmack, aber auch einiges an Fett haben, könnte man auf die Butterflocken drauf verzichten. Aber wer nur Kohlblätter schnipseln als Unterlage nimmt, also man würde weder Lammrippen noch Fleisch als Unterlage nehmen, sollte am besten statt Butter das Essen mit Butterschmalz verfeinern, weil der Butterschmalz die Lammrippen vom Fettgehalt etwas ähnelt. Nach ungefähr 1,5 Stunden füge ich die trockene Minze und den frisch gepressten Zitronensaft. Das gleiche auch bei dem kleinen Topf und lasse die Töpfe die letzten 30 Minuten weiterhin bei mittlerer Stufe köcheln. Das Essen hatte insgesamt knapp 2 Stunden gebraucht, bis es durchgekocht war. Stelle noch die Töpfe kurz beiseite, damit ich wie versprochen euch zeigen kann, wie man die Reste durch ein weiteres libanesisches Gericht verwerten kann. Nun kann ich die Zubereitung mit Makmur starten. Makmur ist ein beliebtes libanesisches Dorfgericht und ist vegan. Als erstes werden 2 grosse fein gewürfelte Zwiebeln mit etwas Pflanzenöl glasig angebraten. Füge danach ein voller Teller Weisskohl-Schnipseln hinzu und brate es kurz gemeinsam an. Eigentlich müsste der Weisskohl dünn wie ein Salat geschnitten und roh mit den Zwiebeln gebraten werden, bis der Weisskohl bissfest wird. Aber meine Kohlblätter bestehen aus Schnipseln, die vorher gekocht wurden. Insha Allah kann ich euch mal ein Video davon zeigen, wie das richtig geht. Diese aktuelle Zubereitung dient nur zur Verwertung und eine kleine Inspiration für euch. Anschließend kommt das Wasser dazu und es wird gesalzen und mit 1 Esslöffel Kamun gewürzt. Im Nachhinein musste ich zusätzlich 1 Teelöffel Kamun zufügen, was man im Video nicht sehen kann. Ich lasse jetzt den Inhalt für einen Moment zugedeckt richtig kochen. Wenn die Flüssigkeit für wenige Minuten richtig gekocht hat, kommen 2 Becher Reis, was vorher gut gewaschen wurde, dazu. Und die Hitze wird auf niedriger Stufe eingestellt und der Deckel kommt auf den Topf, bis der Reis weich gekocht wurde. Als Beilage gehören ganz klassisch zu Makmur Weisskohlsalat, Naturjoghurt, Eiran, eingelegte Gemüse, Radieschen und verschiedene Kräuter. Jetzt einmal zurück zu unser eigentliches Rezept. Die gefüllte Weisskohlblätter wurden gestürzt und die Blätter, die als Unterlage dienten, entfernt und serviert. Meine Lieben, wir sind am Ende der Zubereitung. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir bitte einen Daumen hoch und gerne auch einen Kommentar. Wünsche euch ein gutes Gelingen. Bis zum nächsten Rezept. Eure Emali Eure Emali Eure Emali Eure Emali Eure Emali Vielen Dank.